jo leute willkommen zu diesem video zu diesen dfb pokal tipps für die erste runde 2017 2018 1860 münchen gegen ingol fc ingolstadt 0 4 1 zu 3 für ingolstadt halberstadt gegen fc freiburg 0 zu 5 dann essen rotweiß essen gegen borussia münchen glattbach 0 zu 6 für borussia münchen glattbach karlsruhe ging sc gegen lever bayern 04 leverkusen 1 zu 5 für leverkusen und nach der klitzeklein werbung geht weiter das besondere hat immer einen besonderen ursprung die reinheit der unberührten natur und ihre unnachahmliche frische und das schmeckt man auch krombacher mit felsquellwasser gebraut krombacher eine perle der natur endlich wieder bei mcdonald's die original coca-cola gläser in sechs knalligen farben jetzt neu auch in neon ein glas gratis zum mac menü nur für kurze zeit so ich bin zurück hier auf meinem channel zum dfb pokal tipps für die saison in zweiter und 17 18 in der ersten runde kiel gegen braunschweig 1 zu 2 chemnitzer fc heißen ich glaub ja dürfte richtig sein gegen fc bayern münchen 0 zu 6 für die bayern lüneburg gegen erster fsv mainz 05 0 zu 4 für mainz 05 leer ich guck mal gleich auf google was das ist leer gegen erster fc köln 0 zu 5 für die kölner dann gehen wir weiter erfurt erfurt gegen tsv gegen tsg 18 99 hoffenheim 1 zu 4 für die hoffenheimer dann dann regensburg jan regensburg gegen dammstadt 98 2 zu 3 für die dammstädter für die lilien dann bielefeld gegen düsseldorf gegen fortuna düsseldorf 2 zu 3 für die düsseldorfer dann würzburg bremen 2 zu 4 für bremen unter haaching heidenheim 2 zu 3 für die heidenheimer dann 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 ein d brück einterbrück gegen eintracht frankfurt 0 zu 6 dann koblenz gegen dynamo dresden 1 zu 4 dann dricking oder bricking gegen borussia dortmund 0 zu 7 dann dann ein eintracht gegen erster fc köln äh kansaslautern 0 zu 4 so das war's lasst gerne ein daumen nach oben und hier könnt ihr mich abonnieren lasst gerne daumen nach oben und hier seht ihr in der infocard hier oben seht ihr den zweiten teil des tfb pokal tippspiel bis dann ciao